Ja, das haben wir hier drüben. Na ja, da kommen die. Na ja, wir quatschen erstmal. Ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Sehr schön. Zum Geschäft. Äh, da bin ich verbessern. Warum steht das eigentlich mal wieder da? Na ja, vergessen, jetzt. Ja, vergessen, jetzt brauchen wir dafür. Sonst können wir uns hier nicht machen. Kostet ein bisschen was, ne? Aber wir haben halt neue Rezepte jetzt. Das ist halt alles schwächer, als wir brauchen könnten. Talisman. Vitalität geht da unter. Welt nicht, Staub. Vitalität unter. Vitalität unter. Oh Gott. Okay, das hat uns aber unser Glück auch noch und dann, ne? Genau, genau so wie die Vitalität. Apfel geht hoch. Das können wir verbessern. Und bringen uns halt auch ein bisschen mehr was. Sauberplätze 2, 1. Klauenkircher. Was hat das jetzt eigentlich gebracht? Mit dem Klauenkircher. Das sieht klasse aus. Verbessert erfolgreich. Das war das Ding, was wir gar nicht anziehen brauchten eigentlich. Was haben wir denn das? Können wir nicht machen. Ich will erstmal einmal was machen. Die war halt besser. Das andere war halt nur Müll. Erstmal verkaufe ich die Dinge halt. Wie hast du die überhaupt getragen? Die ich halt nicht brauch. Gut, gut. Und vergiss nicht zu atmen. Und vergiss nicht zu atmen. Okay. Damit hast du gut gerüstet. Verstanden? Die kann ich hier wegkauen. Die andere behalte ich erstmal. Ressourcen. Oh. Natürlich kann ich die jetzt wieder kaufen hier. Was ich verkauft habe, kann ich auch gleich wieder kaufen. Das ging alles nicht. Oh, das war doch das Gold. Verstehe. Momentan den Griff. Mach gar nichts. Nur weil Plaudern ist auch schön. Oh, guck mal hier. Sieh mal hier. Noch eins. Hm. Hier ist eine Zauberin. Ihr Name ist Groa. Sie hatte Vision. Wollte Odin ihr Buch? Mehr als nur Mythen. Vier von elf jetzt. Da gehen wir wahrscheinlich lang. Deswegen würde ich jetzt mal rüber gehen. Die Glocken läuten. Da haben wir eine Kiste. Okay. Da haben wir die andere. Verstehe. Wo war die andere jetzt? Hier vorne. Hä? Hä? Hm-mh. Ups. Ich hasse es. Okay. Willst du mich etwa verarschen? What? Ja. Vier. Willst du mich nehmen? Jasper. Gut. Philippe. Okay. Oh, geht doch. Junge, Junge, Junge. Ich hätte schon gedacht, dass ich das wieder nicht hinkriege. Horn mit Blutmaid wiedergefunden. Sehr gut. Fehlt nur noch eins. Da fehlt uns nur noch eins. Wie gesagt, hier kommen wir nicht rein. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Na, den hatten wir ja hier unten schon. Da. Was ich ja nicht mal machen könnte, einmal. Speichern. Soll ich echt ein bisschen häufiger machen, obwohl er ja auch automatisch speichert? So. Ja, warte mal. Flup. Ja. Ja. wofür sollten nun einen großen explosion beim aufbrall halten sie beim ziehen rb gedrückt um drei zielpunkte an einen gegner oder drei verschiedene gegner anzuvisieren das ist auch cool drücken sie beim sprint in rt um einen starken sprung im griff zu auszuführen erhöht die erhaltende permafrostmenge bei jedem erfolgreichen angriffstreffer an sie beim ausreichenden stick nach hinten und drücken sie rb um einen schnellen bummerangwurf auswählen ok das würde ich hier nicht hinkriegen wir sind drin aber klar dass ich das nicht treff ich muss jeder menge stehen weg mit dir ne, kriegst du mich nicht oh, der ruft neu zack da und tschüss ouch und weg mit dir also machen wir den anderen nicht schlecht, aber auch nicht gut war da nicht noch einer? ich dachte eben, da wäre noch einer gewesen hm, sah zumindest dann aus Maxilber okay, dann muss ich alle drei treffen machen wir das so ups super man, was sollen wir, Huxilber? ne, war ich ja das war Teil von einem Stahl ich wohne den Namen, ne? wenn ich die aussprechen, ist auch so ne Kunst ne Kunst für sich zack ah ja, die kleinen Messviecher ich hätte mal das andere machen sollen, ne? mit dem markieren okay, dafür brauchen wir noch ein paar Punkte hm, was ist denn mit an mir? ach, nein hm, okay ja, wo denn? Achtung und tschüss okay, das läuft auch schon mal besser so einigermaßen ja hm hm hauchen wir eben noch mehr auf, nachher Zeit was haben wir denn da oben? wow das ist mal beeindruckend findest du? warum kann man hier hin, wenn hier nix ist? was steht da? aus der Dunkelheit beschütze das Licht hat nicht ganz so gut geklappt was? okay ganz schon sarkastisch, der kleine, ne? kommen wir denn da, ja? ach so, das ist da hinten, verstehe was machst du da, Junge? er springt immer hin und her, hin und her natürlich okay läuft bei ihm aber warum? ist halt auch wieder so eine Tour, wo irgendwo was ist, was wir nicht sehen gerade und statt dass er da drüben bleibt nö springt hin und her hm verstehe hier sind die drei da sind die drei ich hole mir das mal kurz ich brauche mir aber nicht natürlich kommt er mir hinterher natürlich kommt er mir hinterher äh, ruhen ja, wir haben halt keinen hohen Platz darin, ne? die Sache ist machen wir erstmal so können wir ja hoch leveln, dass das ein hohen Platz kommt macht halt unser Ronald auch stärker, so wie es aussieht, ne? hier noch was nö, hier ist ist hier noch so voll, ne? man sollte echt übergucken dann klettern wir es mal da, das Licht sie haben es mit dem Zeug bedenkt aber wozu denn? Ringtempel N da, noch ein Lichtalp was macht er? oh nein wieso töten sie ihn? er hat nichts getan urteile nicht vorschnell du siehst das Ende eines Krieges, Junge du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht er hat sich nicht mal verteidigt das war seine Wahl wir treffen unsere hallo konzentrier dich hm? oh hier ist ein nerf voll natürlich weichen sie aus hm-hm hm-hm versteht du auch ich bin jetzt bereit okay dann schießt er auf ihn dann schießt er nicht dran vorbei oh jetzt hat er abgewehrt liegt er gerade hoch einfach schön draufwerfen wieder was jetzt? das Licht ist nahe such einen Weg hinein was haben wir hier noch? irgendwas rumliegen oder so? zack zack bisschen Heilung zack da haben wir auch noch was oben lassen wir mal gucken, was wir da haben hakt sie aber anscheinbar nix mehr zack einmal schön einfrieren und zerhauen zu klump zerhauen das hat geholfen da mehr Lichtbrücken folge mir scheinbar müssen wir die Beine auch noch anmachen ne wie es aussieht kommen wir da hoch? ne schade wäre lustig wenn da oben irgendwas wäre wenn man da erstmal hochkleidern müsste aber leider nicht hm okay nachtmare nachtmare hab dich hab dich da kommen ja noch mehr zack ja ja den hab ich getroffen und den ich kann nicht mehr du hast doch grad gar nichts gemacht ich kann nicht mehr grad nichts gemacht okay gegner natürlich wer dir das erwartet wer dir das erwartet dass da Gegner kommen hat sich da war eben noch einer irgendwo ne knack nach rein tschüss war da nicht noch nachtmare eben? wann hab ich den denn getötet? so lass mir hier alles in Ruhe in Ruhe aufsammeln gestarion wieder was neues explodierender nachbar ma ist das diesmal deswegen hat er uns ebenso viel Schaden zugefügt danke noch mal einfrieren das nächste du stellst alle Wege wieder her ja wir müssen noch weiterkommen was denkst du denn? hey hier liegt Leben rum kommt bestimmt gleich ein Kampf oder? ich spreche ich spreche einmal ich gehe einmal speichern wenn es so greift fängt es an bei mir ein bisschen zu lenken das ist das äh ich muss noch was kurz gucken muss man noch rumspielen also können es halt noch dunkler machen ich schaue einmal nur was das macht ich habe es nur ein bisschen dunkler gemacht geht aber boah okay muss hier alles treffen ein Stock einbrechen okay die verschwinden also komplett ja also also was okay das ist dann das Ding da verstehe hallo das wäre dann das hier oder auch nicht wenn man nicht trifft so wie ich jetzt habe ich getroffen dauert manchmal ein bisschen bis ich richtig treffe oh naja kommt manchmal vor ich glaube nicht dass wir hier sein sollten sei still sei still ich glaube wir sollten hier nicht sein sei still okay wir können nicht rennen also hast du gehört sei wachsam und bleib bei mir wir sind im Nesten kann das sein sag mal wenn wir es zum Licht schaffen wie kriegen wir es dann in den Bifrist die Hexe meinte wir sollen reingehen hat sie als sie aus dieser Welt gerissen wurde oh habe ich das verpasst dir war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel Junge das war knapp das war mies vor allem er ist hier dran und das Geräusch kam von weiter weg okay läuft warum halt auch nicht ne das scheint echt das Nest zu sein von denen oder das ist so klebrig ich habe keinen Sound an der Stelle ich vermute man das Spiel ist abgestört was ist denn jetzt passiert wie die F was war das denn jetzt das Spiel ist wirklich abgestürzt nice schauen wir das mal was war das denn eben weil da ist kein Sound mehr drin und dann du 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 hmm okay wir sind hier hast du gehört naja hab ich gehört sag mal wenn wir es zum Licht schaffen wie kriegen wir es dann in den Bifrist warte mal ich muss sagen was ist die Hexe meinte wir sollen reingehen hat sie als sie aus dieser Welt gerissen wurde oh hab ich das verpasst dir war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel ich hab ihn dein Messer Junge haben wir Zeit nochmal drin diesmal speichere ich hier oben einfach mal ja diesmal speichere ich hier einmal oben warum wir das nicht nochmal machen bleib ganz in meiner Nähe Junge das werde ich mal gucken ob da noch irgendwas passiert hier gleich bis Rabb b bei im über mich von bei